Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Preview Review, diese Woche zu Premium Rush, einem rasanten Film um Fahrradkuriere, bei dem man quasi in zwei Stunden, anderthalb Stunden eines Fahrradkuriers miterlebt und ja, wie ihr dann seht, im Film dauert einen Minuten länger als in echt, würde ich mal sagen. Es gibt Rückblenden, es ist ein wahnsinnig netter Film, die Hauptdarsteller sind einem fast sympathisch, man lernt eine ganze Menge über das Fahrradfahren in New York, zum Beispiel, dass die Bremse der Tod ist und dass es zwei Sorten von Berufen gibt, Anzugträger und Fahrradkuriere. Des Weiteren lernt man etwas über chinesische Schattenbanken, das ist auch sehr, sehr spannend, und damit kannte ich mich vorher überhaupt nicht aus, werde ich nächste Woche auch mal etwas probieren. Naja, mal sehen. Auf jeden Fall, man hatte in dem Film keine Langeweile, es kam irgendwie nie Langeweile auf, weil immer passiert irgendetwas, ja, es ist einfach schön, da wird einer verfolgt und die ganze Zeit denkt man, so ein Mist, und ja, es macht Spaß, den Film sich anzugucken, dementsprechend schaut ihn euch an. Der Hauptdarsteller ist, ich weiß den Namen nicht, aber man kennt ihn zum Beispiel aus der irgendwie hinter dem Mond gleich rechts oder was links, also der hat schon früher irgendwelchen Quatsch gemacht und jetzt scheint er wieder in den Mund zu kommen, also bis nächste Woche, viel Spaß mit diesem Film.